Herr Uwe Rohner, es ist hier ein freier Willen, gegen die Anwesende, die Rollenkaste, die Lebenspartnerschaft einzugeben, dann antwortet es sich nicht ab. Ja. Aber Sie fragen, Herr Rollenkaste, es ist hier ein freier Willen, gegen die Anwesende, die Uwe Rohner, die Lebenspartnerschaft einzugeben, dann antwortet es sich nicht ab. Ja. Ich bin beide mit der Anwesende, die Lebenspartnerschaft einzugeben, dann antwortet es sich nicht ab. Es erscheint heute, zur Begründung der Lebenspartnerschaft, Herr Uwe Ohler, geboren am 11. März 1954 in Köln, Wohnhaft in Wiesbaden, 19. März 72, aus Englisch, nach dem Anwesende. Und Herr Rollenkaste, geboren am 24. Mai 1946 in Köln, ebenfalls Wohnhaft in Wiesbaden, 19. März 72. Die vorbezahlten Personen wurden meistens gefragt. Auf die Lebenspartnerschaft in Wiesbaden, haben sie mit Jan geantwortet, dass sie die Lebenspartnerschaft begründen wollen. Und damit erkläre ich diese Lebenspartnerschaft, die wir begrüßen. Dies waren den 5.11.2.2001. Ich bin dieses kostbare Formular zu unterscheiden. Nun, ich glaube, hier ist sogar das Grunde, das ist einfach, das ist vielleicht ein bisschen zu tun. Aber ich habe die Idee, die ich möchte, 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 die ich möchte. Und er hat ja die Finals für Ola gewünscht. Sie dürfen, Frau Roll, Ola bitte unterschreiben. Das ist jetzt im Augenblick Köln. Das ist jetzt im Augenblick Köln. So, das bleibt hier. Wir haben jetzt auch eine schöne Waffe dazu. Die Kutsche auf. Das ist wichtig, die jetzt als Nachhalt. Ja, die Fotogramme sind bereit, wie ich sehe. Dann erheben wir uns nochmal zu diesem großen Ereignis. Ja, dann ist das Ergännisreich der Verwunderung. Ich bin jetzt hier in den Nachrichten. Welche, ich drehe jetzt mal runter, sieht man das nicht. Ja, das ist wirklich schön. Und die Presse hat es mitgefügt, ja? Ja, dann habe ich jetzt erstens verloren. Ja, dann habe ich jetzt erstens verloren. Ja, dann wollte ich natürlich auch. Ja, das ist ganz anders. Als Kassner war es ja irgendwie mehr trauter. Ich muss es so gewöhnen, aber es wird schon kommen. Ja, bitte. Alle mal dabei. Ich habe es so besonders schön gemacht. Ich habe es so besonders schön gemacht. Ich dachte, wir hätten sich keine Strauß mehr. Das sind wirklich schön. Das muss ich mitbezogen werden. Das ist die Vorderung. Das ist die Vorderung. Das ist die Vorderung. Ja, das ist die Vorderung. Ja, das ist wirklich so gut. Sie haben uns befreit. Ja, das glaubt ja uns schön, weil wir das durch die so richtig angenehm erkennen können. Und wie schön es ist. Und ich habe es auch bei Ihnen schon gesagt, es macht uns Spaß. Und es ist bisher nicht anders. Gut, ich war jetzt wohl auch leicht war dazwischen, weil ich war anders, aber ich habe es bisher nur positiv empfunden. Und ich hoffe, dass es weiter so passt. Ich würde mich darüber brauchen. Mit guten reichen wir voran. Sie sind gegangen und alle anderen Freude. Schönen Tag. Ja, keiner wagt sich vor zu gratulieren. Ich bin aber auch. Ich bin aber auch. Ich bin aber auch. Ich bin aber auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020